Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie zum heutigen AgileSmart-Beitrag. Es ist mir ein starkes Bedürfnis, jetzt im Rahmen dieses Informationsdienstes AgileSmart über Erfahrungen zu sprechen, die ich selbst machen konnte oder bei Menschen beobachten durfte. Sie haben bereits in mehreren Beiträgen AgileSmart Beispiele gehört, wie mittels Methoden, die nicht zum Leistungskatalog unserer Krankenkassen gehören, Menschen in lebensbedrohlicher Lage geholfen wurde. Ich erinnere nur an den Patienten, der mittels einmaliger nur wenige Minuten dauernde und völlig gefahrenfreien Anwendung der Reif-Methode die Amputation seines Beines verhindert hat. Bei den bereits dargestellten Fakten ging es darum, Ihnen die Bedeutung und die Dringlichkeit des Erlangens wichtiger Informationen über medizinische Methoden zur Verbesserung Ihres Lebens mit dem Ziel, Leben ohne Krankheit, im Bereich eines Patientenstatus notwendiges Wissen erreichen, das einen frei entscheiden lassen kann zu Leben ohne Krankheit. Das sollte Ihnen ein Leben lang nicht aus dem Fokus geraten. Jetzt möchte ich Ihnen mit meinen Informationen nach der erfolgten Motivation bei Ihnen konkrete Informationen geben, um Ihnen die Möglichkeit zum weiteren Wissenserwerb für Leben ohne Krankheit zu geben. Ehe ich mit meinen Erklärungen auf die Erfahrungen beim Einsatz von elektromagnetischen und anderen Frequenzmustern beginne, gestatten Sie mir den folgenden wichtigen Hinweis. Diese Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen weitergegeben. Sie sind ausschließlich für Interessierte und zur Fortbildung gedacht und keinesfalls als Diagnose oder Therapieanweisung zu verstehen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden irgendeiner Art, die direkt oder indirekt aus der Verwendung der Angaben entstehen. Bei Verdacht auf Erkrankungen konsultieren Sie bitte Ihren Arzt oder Heilpraktiker. So, nun kann es losgehen. Es gibt, wie Sie annehmen können, eine Vielzahl von Methoden, um Menschen vor Erkrankungen zu bewahren oder auch den Menschen dabei zu unterstützen, bereits vorhandene Erkrankungen zu besiegen. Das kann nur eine Unterstützung sein, nicht mehr, denn heilen muss der Mensch sich selbst. Die vielen Methoden beinhalten ein breites Spektrum verschiedener Formen des Vorgehens. Sehen wir uns mal die Lebensweise an. Da gibt es unsere Lebensweise. Bei den Präventologen lernen wir, dass sich die Lebensweise der gesund bleibenden 100- und 120-Jährigen untereinander erheblich unterscheidet. Von der unsrigen ganz zu schweigen. Das geht nicht anders, wenn wir bloß daran denken, dass die Tuareg in den Tropen oder im afrikanischen Lüstenklima leben, die Hunza den Klima leben, die Hunza in mehr als 4000 Höhenmetern und wiederum die Menschen in Sibirien in langen Wintern, auf Dauerfrostböden und in Dunkelheit. Da muss sich fast alles unterscheiden. Doch trotzdem leben sie im Unterschied zu uns in den industrialisierten Ländern lange und gesund. Wenige vergleichbare Lebensweisen finden wir. Doch die erstrecken sich auf die Völker, die ein Leben lang leben. Die wichtigsten sind gleichzeitig Empfehlungen an uns. Ich nenne nur fünf. Erstens, mach während der Arbeit regelmäßig Pausen. Zweitens, bewege dich zum Beispiel zweimal wöchentlich beim Tanz. Zweitens, engagiere dich sozial in deiner Gemeinschaft. Viertens, isst dich möglichst nur zu 80% satt. Fünftens, arbeite immer und gehe nicht in Rente. Fünftens, arbeite immer und gehe nicht in Rente. Soweit zur Lebensweise. Ich könnte jetzt noch über Ernährung sprechen, die einen großen Einfluss auf unsere Lebensqualität haben kann. Bildung, Wissenserwerb, Umwelteinflüsse, Entgiftung, mentales Verhalten, Harmonie zwischen den Menschen und vieles mehr hat Einfluss auf die Chance, das größte Lebensglück zu erreichen, Leben ohne Krankheit. Auch die Menschen, denen wir uns anvertrauen, haben Einfluss auf die Erfolgschancen zu Leben ohne Krankheit. Weil sie zum Berufsstand der Ärztinnen und Ärzte gehören, können sie einen großen Einfluss auf unser individuelles Glück haben. Statistisch wird sie das überraschen, was Präventologen ermittelt haben. Die Menschen, die von uns bewundert werden, weil sie lange gesund leben, die Mitglieder der Naturvölker, von denen ich schon mehrfach hier sprach, sie haben eine durchschnittliche Entfernung zum nächsten Arzt von mehr als 800 Kilometer. Aber das ist Statistik der Naturvölker, in der sie sich nicht unbedingt wiederfinden müssen. Statistisch sieht es mit dem Berufsstand der Ärzte auch nicht gerade rosig aus. Was meine ich damit? Den Berufsstand der Ärzte zeichnet aus, ich möchte drei Punkte nennen. Erstens, kürzeste Lebenserwartung im Vergleich zu anderen Berufsgruppen. Zweitens, höchster Drogenkonsum. Drittens, nach den Psychologen am zweithäufigsten von Suizid betroffen. Ich möchte das nicht wiederholen. Also prüfen Sie stets gründlich, ob der Arzt, an den Sie sich wegen Ihres Lebensglücks wenden, ein typischer Vertreter seines Berufes ist. Für ein langes, gesundes Leben möglichst ohne Krankheit spielt der Erfolg bei der Suche eines vertrauenswürdigen Arztes eine sehr, sehr große Rolle. Konzentration auf meine Erfahrung zu elektromagnetischen und anderen Frequenzmustern für verbesserte Lebensqualität. Also ich konzentriere mich jetzt nur auf elektromagnetische und andere Frequenzmuster. Ich werde die Verfahren chronologisch vorstellen, wie ich sie erfahren habe bzw. entwickelt habe. Und das ist natürlich nur ein Auszug. Wir haben acht verschiedene Anwendungen. Erstens, Hochtonfrequenztherapie. Zweitens, Frequenztherapie mit Agilcare. Drittens, Entspannungsverfahren bei psychosomatischen Störungen. Ich meine Agilfonie. Viertens, Strahlenschirurgie mit Cyberknife. Fünftens, Laser, also Lowlaser-Anwendungen für Verbesserung des Blutes. Ich meine Agilflow. Sechstens, Lowlaser in Kombination mit thermischen und mechanischen Anwendungen. Ich meine ZoneLab. Siebentens, spezielle Lowlaser-Anwendungen für das Ohr. Ich meine Agilcare-Ohr. Achtens und Letztens, Nutzung emotionaler Intelligenz. Die Blutdruck-Entspannungstest-Methode. BET. Weiterhin, seien nur erwähnt und aufgezählt. Ich kann nicht näher darauf eingehen. Terpene im Wald nutzen. Negative Sauerstoff-Ionen anhäufen. Stein der Harmonie. Wenn ich in den einzelnen, oben genannten acht Verfahren eingehe, möchte ich Ihnen erst gern nahe bringen, warum die elektromagnetische Energie so bedeutend für uns ist. Wir sprechen heute über Leben ohne Krankheit. Da spielt also Leben eine Komponente. Leben wurde vom ungarischen Nobelpreisträger Professor Albert St. Georgi so definiert. Leben ist der Elektronenaustausch zwischen Molekülen. Ist der Elektronenaustausch rege, so bezeichnen wir es als gesundes Leben. Bei Verringerung des Elektronenaustauschs haben wir Erkrankungen. Kommt der Elektronenaustausch zum Stillstand, so ist es das Kennzeichen für tot. Elektronenbewegung an sich ist gleichzusetzen mit elektrischem Strom. Ändert dieser Strom seine Richtung und seine Intensität, sprechen wir von Wechselstrom. Zu fließenden Ladungsträgern baut sich um den Fluss herum ein Magnetfeld auf. Das wissen wir Ingenieure und Physiker. Wechselt der Strom, so wechselt der Magnetismus. In Fluss herum ein Magnetfeld auf. Das wissen wir Ingenieure und Physiker. Wechselt der Strom, so wechselt der Magnetismus. Mit Strom hängt also Magnetismus immer zusammen. Aus Magnetismus kann Strom entstehen, aus Strom Magnetismus. Es hängt immer zusammen. Wir stellen wechselnden oder sich ändernden Elektromagnetismus fest. Längst nutzen Menschen mit ihren technischen Erfindungen die Fähigkeiten von wechselnden elektromagnetischen Feldern. Spätestens mit Erfindung des Rundfunks Ende des 19. Jahrhunderts ist das so geschehen. Fernsehen, Internet, Computer, Elektronenmikroskopie und vieles andere sind technische Entwicklungen, die uns zur Informationsgewinnung und Verarbeitung dienen. Das ist in der Natur und durch die Natur schon längst weit, weit, weit hochentwickelt. Nehmen wir das Beispiel Mensch. Wir kennen EKG. Damit meine ich die Abkürzung für Elektrokardiogramm. Wir kennen das als Darstellung der sich ändernden elektromagnetischen Energie des Herzens. Auch EEG, die Abkürzung steht für Elektroenzephalogramm, ist uns bekannt. Es zeigt die Abläufe im zentralen Nervensystem. Medizinische und naturwissenschaftliche Experten können diese Kurven als Signale deuten und Informationen über den Zustand des Menschen mit seinen Organen, Herz oder Gehirn zuordnen. Das sind jedoch nicht die einzigen Fälle des Zusammenhangs zwischen biologischem Zustand des Menschen und seinen Organen. Das Beispiel des EEG mit Bezug auf das zentralen Nervensystem lässt uns ahnen, dass alles mit elektromagnetischen Abläufen zusammenhängt, was in unserem Körper und Geist abläuft. Zum Informationsaustausch unserer Zellen zur Steuerung und Regelung in und zwischen den Zellen werden elektromagnetische Felder genutzt. Ich möchte zwei Beispiele nennen. Erstes Beispiel. Essen wir etwas Süßes und bringen damit Glucose ins Blut über den Darm, so gibt es Signale an die Bauchspeicheldrüse, nämlich dort Insulin vermehrt auszuschütten, damit dieser Zucker zum Beispiel in die Muskelzellen gelangt. Dort steht der Zucker dann schnell verfügbar für erforderliche mechanische Arbeit, die nötig ist. Alle Abläufe der Erkennung von Zucker im Blut, der Steuerung der Produktion von Insulin in der Bauchspeicheldrüse, die Bereitstellung in Muskelzellen zur Wandlung in mechanische Energie, all das funktioniert über das Nachrichtensystem elektromagnetischer Energie, elektromagnetischer Signale. Dieses Beispiel ist aus dem Bereich des körperlichen Stoffwechsels. Nun zum zweiten Beispiel. Wir begegnen erstmals in unserem Leben unserem Liebsten oder unserer Liebsten, je nach Geschlecht. Wenn es funkt, dann bekommen wir einen roten Kopf. Das kann dem anderen Individuum viel signalisieren. Doch was passiert bei der Person, deren Kopf errötet? Irgendwelche visuellen oder riechbaren Signale kommen an, über Auge oder Nase. Riechbaren Signale kommen an, über Auge oder Nase. Wenn diese Signale zu irgendwelchen klaren Mustern der Erwartung passen, so sendet unser Sympathikus Frequenzmuster aus. Diese Frequenzmuster werden von den Zellen der arteriellen Gefäße im Gesicht so dekodiert, dass sie es als Kommando auffassen, ihre Gefäßwände zu entspannen. Und das passiert urplötzlich. Die betroffenen Arterien weiten sich. Es fließt mehr Blut, die Haut rötet sich deutlich. Dieses Beispiel ordne ich der Gruppe zu nervale oder mentale Steuerung. Soweit zu den beiden von mir willkürlich gewählten Beispielen. Sie zeigen deutlich den Zusammenhang zwischen elektromagnetischen Wellen und Lebensfunktionen. So laufen alle Vorgänge in unseren Hunderten von Milliarden Körperzellen gesteuert oder begleitet von elektromagnetischer Wechselenergie ab. Albert Popp, er ist Professor, entdeckte die Bio-Photonen, eine Kommunikationsart der Zellen. So wies er nach, dass sekündlich mehr als 10.000 Lichtblitze pro Zelle gesendet und empfangen werden. 10.000 Lichtblitze pro Sekunde pro Zelle. Das auf die große Zahl der menschlichen Zellen übertragen, bedeutet ein sehr großes Signalaufkommen in uns. Dazu wird Energie benötigt. Alle Signale addiert, erfordert das ständig ca. 10 Ampere elektrischen Stroms. Und das nur zur Informationsverarbeitung und Kommunikation. Zurück möchte ich erinnern an Nobelpreisträger Professor Albert St. Georgi. Es ist nicht verwegen, zu Schlussfolgern, elektromagnetische Signale, elektromagnetische Energie, elektromagnetische Felder, elektromagnetische Frequenzen sind Leben. Sie sind eng verbunden, ja sogar in Symbiose mit solchen Molekülen. Das ist laut St. Georgi die Definition von Leben. Die Prozesse elektromagnetischer Signale, Frequenzen und Felder messen und steuern den Grad des Elektronenaustauschs zwischen Molekülen, auch der Moleküle unseres Körpers. Somit haben elektromagnetische und auch andere Frequenzmuster Einfluss auf unsere Zellen, Einfluss auf unser Leben. Ich ziehe den Bogen noch weiter und sage, elektromagnetische und andere Frequenzmuster können ganz bewusst genutzt werden für Leben ohne Krankheit. Jetzt endlich, nachdem diese Zusammenhänge zwischen Frequenzmustern und Leben vermittelt wurden, kann ich Ihnen meine Erfahrung mitteilen. Ich möchte ja sprechen, erstens über die Hochfrequenztherapie, über die Hochfrequenztherapie, zweitens über das Frequenzverfahren nach Dr. Reif, ich meine damit Agilcare. Ich möchte über Entspannungsverfahren, Agilphonie sprechen, ich spreche über die Strahlenchirurgie Cyberknife, über Lowlaser-Anwendungen für die Verbesserung des Blutes, damit meine ich Agilflow. Ich spreche über Lowlaser in Kombination mit thermischen und mechanischen Anwendungen, ich meine ZoneLab. Des Weiteren spreche ich über spezielle Lowlaser-Anwendungen für das Ohr, ich meine Agilcare Ohr. Und letztens, achtens, spreche ich über die Nutzung emotionaler Intelligenz und ich meine damit die Blutdruck-Entspannungstest-Methode. Nun zur Hochtonfrequenztherapie. Erstmals bin ich mit Hochtonfrequenztherapie 1992 in Verbindung gekommen. Mein leider schon so früh verstorbener Freund, Gerd Lau, zeigte mir ein von ihm sehr erfolgreich in den Markt gebrachtes Gerät mit dem Namen VADIT. Wir setzen es bei Patienten ein, deren Schmerzsituation sehr stark war und die Medikamente nicht vertragen haben. Das war zunächst im Bereich Rückenschmerzen und Gelenkschmerzen. Die Ergebnisse sind verblüffend und erfreulich zugleich gewesen. Und das alles ohne Risiken zu Nebenwirkungen und Folgerkrankungen. Die Geräte VADIT sind stationär bei Ärzten untergebracht und waren als Medizinprodukt entwickelt. Bei vielen Begegnungen mit Patienten fragten diese mich, ob es nicht möglich wäre, die Hochtonfrequenztherapie direkt durch die Betroffenen anwenden zu lassen. Als sogenannte Selbstbehandlung. Gemeinsam mit meinem Freund Dr. Wolf-Dieter Keuterling entwickelte ich das bis heute weltweit kleinste Gerät zur Hochtonfrequenztherapie mit Namen Vivotom Premium. Das war im Jahre 2005. Ein rasant steigender Absatz entwickelte sich, weil das Vivotom Premium so klein ist, dass es unter der Kleidung getragen werden kann, weil es sehr preiswert ist und weil es für den Menschen schnell die Schmerzen und deren Ursachen beseitigen kann. Sie können Vivotom Premium hier im Bild sehen, zu den Indikationen der Schmerzen im Rücken und in den Gelenken kamen folgende Indikationen noch hinzu. Damit meine ich Beschwerden der Frauen bei der Menstruation, ich meine die Nervenschmerzen, insbesondere den schrecklichen Trigeminus-Schmerz und ich meine den vielfältigen Einsatz bei Sportverletzungen. Der Erfolg hat mich bewogen, in einem Büchlein zu veröffentlichen, was die Hochtonfrequenztherapie mit stationären und auch mit dem kleinen mobilen Gerät bewerkstelligt hat. Dieses Büchlein gibt es bereits in vierter Auflage und es ist auch in mehreren Sprachen veröffentlicht und ist immer, meines Wissens immer noch, die bisher einzige Zusammenstellung zur Hochtonfrequenztherapie. Sie sehen einige Anwendungen im Bild. Wie sehen die Erfolge aus mit Hochtonfrequenztherapie? Das finden Sie in dem E-Book Hochtonfrequenztherapie bei Schmerzen, das ist der Titel. Und Sie können es bestellen und sofort downloaden über den Shop, über die Shop-Adresse shop.schmerzen-was-tun.de Ich komme nun zu Rückenschmerzen innerhalb der Hochtonfrequenz. Die klinischen Studien mit stationären Geräten berichten von Erfolgen in 79 bis 87 Prozent der Fälle. Bei den Patientenberichten über Selbstbehandlung können wir nur die bei uns eingegangene Rückenmeldung von Patienten bewerten. Und das betrug bei der Selbstbehandlung 85 Prozent. Alle Patientenberichte erfolgten freiwillig oder auf eigene Initiative. Die Gesamtzahl der Patientenberichte beträgt 924. Gelenkschmerzen Die klinischen Studien mit stationären Geräten anderer Anwender berichten bei Gelenkerkrankungen von Erfolgen 86 Prozent bis 89 Prozent. Mit unserem mobilen Gerät Vivotum Premium haben wir 92 Prozent erreicht. Alle Patientenberichte erfolgten freiwillig oder auf eigene Initiative. Die Gesamtzahl der Patientenberichte beträgt mit stationären Geräten und mit Selbstbehandlungen können wir nur die bei uns eingegangene Rückmeldung von Patienten bewerten. Die Erfolgsquote bei Selbstbehandlung beträgt 77 Prozent. Mit stationären Geräten waren die Behandlungen in 81 Prozent erfolgreich. Alle Patientenberichte erfolgten freiwillig oder auf eigene Initiative. Die Gesamtzahl der Patientenberichte beträgt 196. Monatsschmerzen und Sportverletzungen werden im Buch ebenfalls dargestellt. Bei den Sportverletzungen haben wir großen Anklang bei Profifußballern erhalten. Deren Mikrofaserrisse heilen schnell. Somit brauchen Sie, meine Damen und Herren, sich nicht zu wundern, wenn Sie am Fernsehbildschirm Ihre Fußballer heute noch verletzt sehen und nächste Woche trotz Muskelfaserrisses wieder Tore schießen sehen. Diese beachtlichen Erfolge mit Vivotum Premium halten an. Ich bin sehr froh darüber, mit meinem geringen Anteil an den Entwicklungsarbeiten geholfen zu haben, Menschen mit Schmerzen die Lebensqualität zu verbessern. Mein Beitrag für die Nutzung von elektromagnetischen Feldern mit Vivotum Premium. Kommen wir nun zum zweiten Verfahren. Ich meine damit das Frequenzverfahren nach Dr. Reif in der Form Agilcare. Bei einem weiteren Frequenzverfahren, das ich Ihnen hier vorstelle, ist der Ansatz ein anderer, obwohl es auch um elektromagnetische Wechselfelder geht. Dr. Royal Ronald Reif, ein amerikanischer Forscher des vergangenen Jahrhunderts, hat als erster festgestellt, dass jede Erkrankung eine Signatur hat und man sie deshalb besiegen kann. Was steckt dahinter, dass aufgrund der Reif'schen Entdeckung führende Wissenschaftler und Ärzte im Jahre 1934 ein Fest feierten? Und das nannten sie das Ende aller Erkrankungen. Dr. Reif forschte an Tuberkulose-Erregern. Er betrachtet sie auf bestem Wege mit seinem Mikroskop, mit verschiedenem farbigem Licht. Ihm ging es darum, die Tuberkulose-Erreger so deutlich wie möglich zu sehen, um noch mehr Informationen abzuleiten. Eines Abends zum Abschluss seiner Experimente blickte Dr. Reif noch einmal durch das Mikroskop, obwohl er schon dessen Lichtquelle ausgeschaltet hat. Da sah er, dass die Erreger luminisierten, und zwar ganz deutlich luminisierten sie. Sie leuchteten selber. Das war der Durchbruch. Die Tuberkulose-Erreger brauchten nur ein bestimmtes Frequenzmuster und sie verstärkten ihren Stoffwechsel, überfrasen sich, sodass sie zerplatzten. Mit 300 Versuchstieren, das waren Mäuse, klappte das Experiment zu 100%. Erst infizieren mit Tuberkulose, dann Tuberkulose beseitigen mit elektromagnetischer Energie des zugehörigen Frequenzmusters. Das wurde glücklicherweise durch Dr. Reif schnell auch bei Menschen bestätigt. Jetzt konnte Dr. Reif zu anderen Erkrankungen übergehen. In einer überwachten Studie wurden mit den für Krebs erkannten Frequenzmustern 14 Patienten innerhalb von 90 Tagen krebsfrei. Obwohl diese zu Beginn so stark an Krebs erkrankt waren, dass man sie in anderen Unikliniken aufgeben wollte. Zunächst trat die Reif-Maschine ihren Siegeszug an zum Wohl der Patienten. Dann geriet Dr. Reif ins Fadenkreuz von Konzernen, die durch Reif Profiteinbußen befürchteten. Das Verfahren wurde sabotiert und diffamiert. Ich selbst erfuhr erstmals von der Existenz der Reif-Maschine vor 28 Jahren und kaufte mir ein Exemplar im Ausland für 25.000 D-Mark. Die Nutzung des Gerätes führte bei Borrelien, Warzen, Gürtelrose und Krippalem-Effekt zu schnell eintretenden und anhaltenden Erfolgen. Schnell wuchs bei mir das Bedürfnis, ein Gerät zu entwickeln, was nicht nur aufgrund seines geringen Preises für jedermann zu haben sein sollte, sondern auch möglichst viele Frequenzmuster zur Nutzung bereitstellt. Ich arbeitete über Jahre an der Entwicklung von Hardware und Software. Dabei standen mir schon sehr zeitig Helfer zur Seite. Mein Freund, Robby Winkler aus Plauen, half mir, wofür ich mich an dieser Stelle bedanke. Zeitgleich sammelte ich mit dem Aufwand erheblicher finanzieller Mittel so viel wie mögliche Frequenzmuster. Schließlich sollte meine Lösung nicht nur möglichst allen Menschen aufgrund des niedrigen Preises zur Verfügung stehen, sondern mit den vielen Frequenzmustern auch gut sein für bessere Lebensqualität bei möglichst allen Ursachen von Erkrankungen. Mit 2016 war es dann soweit. Ich startete mit Agilcare, meiner am Deutschen Patentamt geschützten Variante der Reifmaschine. Das Agilcare konnte sich aufgrund des außergewöhnlichen Preis-Leistungs-Verhältnisses sehen lassen. Der Umfang der zu Agilcare gehörenden Frequenzmuster ist weltweit mit Abstand der größte. Und es kommen ständig neue Frequenzmuster hinzu. Jede Erweiterung ist für die Anwenderinnen und Anwender von Agilcare kostenlos. Kostenlos. Im Gegensatz zu Vivotum Premium und weiteren Entwicklungen ist Agilcare kein Medizinprodukt. Ich habe es ganz bewusst als elektronisches Gerät zur Körperpflege deklariert. Das sichert auf Dauer einen niedrigen Einkaufspreis. Schließlich werden uns Herstellern die für Medizinprodukte zu zahlenden klinischen Prüfungen in enormer Höhe finanziell berechnet. Für drei Indikationen sind schnell an eine deutsche Uniklinik sechsstellige Euro Beiträge zu zahlen. Das können Sie jetzt mal auf ca. 4000 Indikationen bei Agilcare extrapolieren. Da werden allein für die klinische Prüfung, von der kein Anwender etwas hat, eine halbe Milliarde Euro fällig. Einerseits eine einfache Methode zur Geldgenerierung in deutschen Kliniken. Andererseits ein wirksames Mittel, neue Entwicklungen der Medizintechnik zu verhindern. Und das bin ich umgangen durch meine Einordnung zur Körperpflege. Das dargestellte und auch der fachliche Hintergrund haben mich dazu gebracht, Agilcare zur Körperpflege zu definieren. Die erforderlichen Zulassungen zur Sicherheit der anwendenden Menschen ist für Agilcare in hohem Maße gegeben und auch zertifiziert. Die Anwendung von Agilcare zielt darauf ab, schädliche Parasiten zu eliminieren oder zu dezimieren. Das sind Bakterien, Viren, Pilze, Würmer und andere Einzeller. Nach Herstellung der Balance der Parasiten auf diesem Wege, nämlich durch Anwendung von Agilcare, hat das Immunsystem des Menschen die Möglichkeit zur Heilung. Seine Gegnerschaft wurde zuvor durch die Anwendung von Agilcare so geschwächt, dass die eigenen Abwehrkräfte des Immunsystems siegreich werden können. Das klappt in sehr vielen Fällen. Meine ersten Erfahrungen waren bei Borrelien, Gürtelrose, Grippaler Infekt, Lungenentzündung, Erkönntesendung. Diese wird nach Indikation, also nach der Diagnose, nach Symptomen oder nach Parasiten ausgesucht. Das wäre bei Lungen das Symptom Atembeschwerden und der Erreger könnte sein Chlamydia-Pneumonäe. In über 32 Organ- und Indikationsgruppen haben wir die mehr als 3000 Frequenzmuster zugeordnet. Agilcare ist ein weiterer Beitrag für Leben ohne Krankheit mittels elektromagnetischer Energie. Nun zur nächsten Methode. Das Entspannungsverfahren bei psychosomatischer Störung, ich meine Agilfonie. Nun komme ich zu Funktionsstörungen, die mit üblichen Verfahren der medizinischen Diagnostik kein Substrat zeigen. Nehmen wir die Migräne. Dabei geht es den Betroffenen sehr schlecht. Lichtempfindlichkeit, Übelkeit, Erbrechen begleiten jemanden während des sogenannten Migräneanfalls. Im EEG, im MRT, im SPECT, im PET-CT und in keinerlei Medizintechnik ist ein Nachweis eines Substrats zu finden. Doch den Menschen geht es schlecht. Ich spreche da von einer psychosomatischen Funktionsstörung. Hier sei kurz erklärt, wie bei der nachfolgend von mir als Agilfonie bezeichneten Entspannungstechnik den Menschen geholfen wird. Bei der Geburt hat der Mensch nicht viele nutzbare Funktionen angelegt. Die für das Leben nötigen Funktionen muss er erst noch erlernen, sich der Umwelt anpassen. Ein Neugeborenes hat Herzschlag, Hauttemperatur und ganz wenige weitere nutzbare Funktionen bei der Geburt angelegt. Alles andere wird hinzugelernt durch Anpassung. Das Leben ist von Anpassung an sich ändernde Umstände gekennzeichnet. Wenn sich der Mensch nicht mehr anpasst, an dem Tag stirbt er. Wir leiten ein EEG vom Betroffenen ab, berechnen über ein relativ komplexes Softwareprogramm im Computer, daraus eine Folge von Tönen. Diese Töne hängen eng mit dem speziellen EEG zusammen. Sie sind direkt abgeleitet von den Signalen des EEGs. Dann hört sich der Betroffene dreimal täglich diese Töne an. Das sind jeweils nur 10 Minuten, während der sich der Mensch nicht auf die Töne konzentrieren muss. Lediglich und ganz nebenbei müssen die Töne der Agilphonie nur den Gehörgang des Menschen erreichen. Es kann nebenbei Auto gefahren, gelaufen, den Beiträgen im Fernsehen oder im Rundfunk gefolgt werden oder Hausarbeit gemacht werden. Die häufigsten Anwendungsfälle sind folgende. 1. Migräne 2. Tinnitus 3. Magenbeschwerden 4. Bluthochdruck 5. Angst 6. Konzentrationsschwächen 7. Entspannung vor Höchstleistung Agilphonie Agilphonie ist ein sehr nützliches und dabei einfach anzuwendendes Verfahren aus dem Bereich der Entspannungstechniken. Es ist eine wertvolle Umsetzung unserer Kenntnisse über die Wirkung elektromagnetischer Felder in unserem Hirn. Kommen wir zum nächsten Verfahren. Ich meine damit die Strahlenchirurgie Cyberknife. Die Strahlenchirurgie mit Cyberknife erzielt aufgrund seiner bisher einmaligen Präzision und der Vielfalt der Eindringrichtungen der Photonstrahlen hervorragende Vorteile für den Menschen, der an Krebs, Blutgefäß, Malformation oder Nervenerkrankungen erkrankt ist. Welche Vorteile sind das? Cyberknife ist schmerzfrei, wird ambulant eingesetzt, zeitlich sehr kurz, meistens bloß zwischen 30 Minuten und 60 Minuten. Viertens, es gibt keine nennenswerten Nebenwirkungen. Fünftens, keine Nachsorge, also keine Rehabilitation ist notwendig. Und sechstens, das finde ich sensationell, wenn es eingesetzt wird, dann ist mit 100% Erfolg zu rechnen. Funktionsgrundlagen der elektromagnetischen Photonstrahlen mit Präzision und Vielfalt der Einfallsrichtung bringen uns zu diesen soeben genannten Vorteilen. Nachteil, insbesondere in Deutschland haben wir eine fachpolitische Zurückhaltung oder sogar Vermeidung zugunsten aufwendiger und für den Patienten riskanterer Verfahren. Dabei meine ich Operationen, Chemotherapie und konventionelle Bestrahlung. Die alle mit Nebenwirkungen und Gefahren verbunden sind. In Deutschland werden leider mit Gefahren und Risiken verbundene Verfahren vorgezogen, weil diese einen höheren Profit bringen. Gegen diesen Widerstand sind bis heute jedoch trotzdem elf arbeitende Zentren mit Cyberknife in Deutschland entstanden. Ich bin sehr stolz darauf, dass einige Zentren mit meiner Hilfe entstanden sind. Cyberknife ist mit seinen elektromagnetischen Feldern ein wertvoller Beitrag zu Leben ohne Krankheit. Für den Fall der Fälle sollten Sie wissen, dass es Cyberknife gibt. Fast alle Krankenkassen in Deutschland zahlen die Behandlung mit Cyberknife. Kommen wir zur nächsten Methode. Low-Laser-Anwendung für Verbesserung des Blutes. Ich meine damit Agil-Flow. Die zu hohe Viskosität des Blutes kann zu einer Reihe von Erkrankungen führen. Am deutlichsten kann es verstanden werden, wie wir wissen, dass zu visköses Blut schwerer von unserem Herzen zu pumpen ist. Das macht sich dann bemerkbar, dass Blut mit einer Viskosität ähnlich Honig schwerer zu pumpen ist, als das gut fließende Blut mit einer der geringeren. Das hat übrigens nicht nur eine erhöhte Viskosität zur Folge, sondern auch eine bemerkenswert geringere Transportkapazität von Sauerstoff und Nährstoffen im Blut. Blut mit verringerter Viskosität kann also nicht nur leichter bei geringerem Blutdruck über die kleinen Haargefäße die Zellen versorgen, sondern es wird aufgrund der bei niedriger Viskosität vorherrschenden erhöhten Transportkapazität auch mehr Sauerstoff und Nährstoffe zu den Zellen gebracht. Ich erinnere an dieser Stelle nur an die mit dem Nobelpreis von 1931 geehrten Erkenntnisse Prof. Warburgs im Zusammenhang mit Krebs. Er hatte nachgewiesen, dass eine über ca. 48 Stunden zur erfolgenden Mehrversorgung der Krebszellen mit Sauerstoff zur Rückbildung der Zellen zu normalen, also Nicht-Krebszellen führt. Es wird also als Krebs wieder normales Gewebe durch die Zuführung von mehr Sauerstoff zu den Zellen. Angesichts der Tatsache, dass jede Erkrankung mit einer Sauerstoff-Minderversorgung der Zellen zusammenhängt, erkennen wir das Vorgehen zur Verringerung der Viskosität des Blutes als sehr bedeutend für Leben ohne Krankheit. Nobelpreisträger Prof. Murat entwickelte das Low-Laser-Verfahren, was jedermann mit Agil-Flow nutzen kann. Es ist einfach anzuwenden. Wie eine Armbanduhr trägt man zweimal täglich für jeweils 30 Minuten Agil-Flow. Folgende Werte verbessern sich zusehend, was in medizinischen Studien nachgewiesen wurde. Ich meine damit die Viskosität des Blutes, die Blutfettwerte und den Cholesteringehalt des Blutes. Am besten, Sie sehen sich im nachfolgenden Video an, wie sich bereits nach nur 15 Minuten Anwendung von Agil-Flow die Blutwerte verändern und das im ganzen Körper. Die Erythrozyten, das sind die roten Blutkörperchen, erkennen Sie im Mikroskop-Video deutlich als die größten Strukturen im Bild. Die Erythrozyten, das sind die größten Blutkörperchen, das sind die größten Blutkörperchen, der die größten Blutkörperchen, der die größten Blutkörperchen ist. Musik Musik Ich nehme an, dass Sie durch die Videodarstellung beeindruckt sind. Die Ergebnisse der verbesserten Sauerstoffversorgung durch Agile Flow zeigen sich in verbesserten Herz-Kreislauf, Hirn, Nasen und anderen Funktionen, wodurch wieder ein Beitrag der elektromagnetischen Felder für Leben ohne Krankheit erreicht werden kann. Musik Nun zur Methode Low Laser in Kombination mit thermischen und mechanischen Anwendungen. Ich meine damit ZoneLab. Low Laser in Kombination mit thermischer und mechanischer Energie führt zur Verbesserung des Haarwachstums. Die Lasersignale aus zwei Energien, die Erwärmung und die mechanischen Schwingungen führen aufgrund der Energiespezifik zu hohen Eindringentiefen ins menschliche Gewebe und schließlich sehr häufig zum erfolgreichen Haarwachstum. Somit werden beim Kombinationsgerät ZoneLab elektromagnetische Energien übertragen und helfen zu mehr Wohlbefinden durch verbessertes Haarwachstum. Sicher ein weiterer Beitrag zu Leben ohne Krankheit durch dieses Verfahren ZoneLab. Nun zum nächsten Verfahren spezielle Low Laser Anwendung für das Ohr mit Agile Care Ohr. Mittelohrentzündungen sind sehr plagend und schmerzhaft, insbesondere häufig für Kinder, die davon betroffen sind. Ein spezieller Infrarotsender ermöglicht tiefes Eindringen in das entzündete Gewebe bis ins Mittelohr und hat sehr schnell ohne Risiken zu Nebenwirkungen bisher Erfolge gezeigt. Aus den Erfolgsbeispielen sei nur die erste Anwendung bei meinem Enkelkind, damals sechs Jahre, zu nennen. Die Anwendung über lediglich 15 Minuten brachte das Ergebnis, dass am nächsten Tag keine diagnostischen Zeichen der Mittelohrentzündung mehr zu verzeichnen waren. Ein Arztbesuch hat das bestätigt. Auch bei der Anwendung von Agile Care Ohr zeigt sich der vorteilhafte Einsatz elektromagnetischer Energiefelder des Infrarotlasers zur Bekämpfung der Mittelohrentzündung, also zu Leben ohne Krankheit. Kommen wir nun zu einer recht interessanten Methode. Sie werden auch gleich feststellen, warum diese sehr interessant ist. Ich meine damit die Nutzung emotionaler Intelligenz, Blutdruckentspannungstest, BET. Jetzt kommen wir zu einer Methode, die ohne Einsatz von technischen Hilfsmitteln oder Geräten elektromagnetische Energiefelder nutzend erzeugt. Es handelt sich um die von Prof. Dr. Karl Hecht inaugurierte Methode des Blutdruckentspannungstests, abgekürzt BET. Diese Bezeichnung unterschätzt meines Erachtens den Wert dieses Verfahrens. Jedoch steht es mir nicht zu, eine andere Bezeichnung zu finden. Was steckt dahinter? Mit der BET, mit dem BET erzeugen wir auch nervenwirksame elektromagnetische Energiefelder. Insbesondere durch unsere Emotionen werden diese Energiefelder intelligent erzeugt. Prof. Hecht bezeichnet den von jedermann erlernbaren Prozess als Nutzung emotionaler Intelligenz. Ich halte es wegen des geringen Aufwandes für angebracht, hier eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zu geben. Bitte bleiben Sie aufmerksam, denn den Vorteil aus diesem Verfahren ziehen nicht nur Menschen mit gestörten Blutdruck. Es kommt dazu später noch ein wesentlicher Nutzen hinzu, jetzt aber erst einmal die Anleitung. Die folgende Beschreibung soll zur Durchführung des BET dienen. Hier sollen weder die Wirkungsweise noch die Möglichkeit des BET erläutert werden. Dieses erfolgt in einem Online-Seminar separat von AgilSmart. Alle hier folgenden Schritte sind empfohlen, um den BET sowohl bei Bluthochdruck als auch bei niedrigem Blutdruck durchzuführen. BET kann als Diagnostik und Therapie eingesetzt werden. Erster Schritt. Bereitstellen des Blutdruckmessgerätes mit einer Perspektive, wie bei einem sogenannten Fernsehsessel. Die Blutdruckmanschette wird regelrecht angelegt. Dritter Schritt. Körperliche Ruhephase erreichen durch stilles Sitzen ohne Aktivität für mindestens 5 Minuten. Gleichzeitig versuchen, sich möglichst nur auf die Atmung mit geschlossenen Augen und geschlossenem Mund zu konzentrieren. Dieser Schritt ist erst abgeschlossen, wenn die anwendende Person meint, körperliche Ruhe gefunden zu haben. Erst dann geht es weiter zum nächsten Schritt. Vierter Schritt. Ab jetzt hält die anwendende Person die Augen und den Mund geschlossen und konzentriert sich nur auf die Atmung in folgendem Rhythmus. Möglichst langes Ausatmen. Möglichst langes Einatmen. Wobei die Ausatmung länger sein sollte als das Einatmen. Die Hilfsperson startet die erste Messung und notiert die Werte im Protokoll. Das sind systolischer Blutdruck in Millimeter Quecksilbersäule, diastolischer Blutdruck in Millimeter Quecksilbersäure und der Puls in Schlägen pro Minute. Für das Protokollieren eignet sich das Dokument in Anhang 1. Ich komme noch darauf zurück. Sie können auch bei Vorhandensein den elektrischen Speicher des Messgerätes nutzen und müssen somit nicht synchron protokollieren. Fünfter Schritt und weitere 8 Schritte. Anwendende Person konzentriert sich nur auf das rhythmische Atmen und wendet dabei Meditation an, um sich nur und wirklich nur auf das rhythmische Atmen zu konzentrieren. Die Meditation und damit komplette Konzentration wird erleichtert, indem ein Mantra durch die anwendende Person erfolgt. Dieses Mantra kann lauten, jeweils erste Silbe einatmen und zweite Silbe ausatmen. Durch die anwendende Person erfolgt. Dieses Mantra kann lauten, jeweils erste Silbe einatmen und zweite Silbe ausatmen. Kann lauten zum Beispiel Friede oder Liebe oder Freude. Ein einmal ausgewähltes Mantra sollte für folgende Tage beibehalten werden. Die Hilfsperson startet nach dem Protokollieren der Messwerte sofort die jeweils nächste Messung, um auch diese zu protokollieren, bis alle 10 Messungen dokumentiert sind. Soweit also zur Schritt-für-Schritt-Anleitung. Sie sehen hier im Bild noch einmal das Protokoll. Sehr einfach. Und aus diesem Protokoll kann man eine Grafik aufzeichnen. Diese Werte grafisch aufgetragen, lassen visuell kontrollieren, ob die intelligent erzeugten Emotionen ausreichend erreicht wurden. Ich kann aus eigener Erfahrung berichten, dass man in der Lage ist und einfach in der Lage ist, dieses Verfahren in drei bis vier Tagen so gut zu lernen, dass man auch außerhalb der Wohnung und ohne Messgerät erfolgreich ist bei der Anwendung von BET. Was heißt eigentlich erfolgreich mit BET? Zunächst erst einmal das nachhaltige Normalisieren des Blutdrucks für Hypertoniker und Hypotoniker. Ein angesichts der Verbreitung von Hypertonie nicht nur volkswirtschaftlicher, sondern auch individuell wertvoller Erfolg. Erreichen wir ihn doch jenseits der Blutverdünner- und Beta-Blocker-Medikamente mit deren Nachteilen und Gefahren. Wir vermeiden also, wenn wir BET einsetzen, Gefahren für unseren Körper. Fast zwei Millionen Menschen in Deutschland werden übrigens völlig grundlos blutdrucksenkende Medikamente verschrieben. Mir geht es hier nur um die Vermittlung von Informationen und Wissen um die BET. Allein aus dem Grunde, Menschen die Chance, zu leben ohne Krankheit zu geben und dabei ohne Risiken, Gefahren und Nebenwirkungen vorzugehen. Aber die Blutdruckregulation ist nicht alles. Forschungsarbeiten und Studien unter Leitung Professor Hechts haben ergeben, dass der konsequente Einsatz des BET auch andere Erkrankungen verschwinden lässt. So berichtet Professor Hecht über den Erfolg des BET gegenüber Gelenkschmerzen, Bronchitis und anderen Lungenerkrankungen. Meine Damen und Herren, solche Erfolge schon vor Jahrzehnten erreicht und nur durch den Aufwand, durch den minimalen Aufwand, emotionale Intelligenz, das ist sensationell für mich. Der BET ist eine sehr bemerkenswerte Form des methodischen Vorgehens mit dem Einsatz elektromagnetischer Energiefelder für Leben ohne Krankheit. Leider ist die Publizität dieses völlig kostenlosen Verfahrens im Umfeld eines auf Profit orientierten Gesundheitswesens in Deutschland viel zu gering. Umso mehr fühle ich mich motiviert, dieses Verfahren auf diesem Wege bekannt gemacht zu haben. Nachdem ich nun auch über die acht Methoden gesprochen habe und sie sind nur eine Auswahl aus den weltweit zur Verfügung stehenden Methoden mit dem Einsatz elektromagnetischer Energie, komme ich nun zur Zusammenfassung und schließe ich zum Ende. Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe in der verstrichenen Zeit versucht, Ihnen mehr Einblicke zu geben in die Wirkungsvielfalt und Nutzung elektromagnetischer Energiefelder auf das Leben. Dabei ist es mir hoffentlich gelungen, anhand der Beispiele zu zeigen, dass Sie längst die Möglichkeit haben, individuellen Nutzen aus der Anwendung dieses oder jenes Verfahrens zu ziehen. Ich hoffe, ich konnte eindrucksvoll zeigen, dass Methoden ohne Risiken, Gefahren, Nebenwirkungen und Folgerkrankungen zur Verfügung stehen Deswegen muss das an應essenen, dass das Wirkungsvielfalt ist. Das ist eine Frage, zum Beispiel. Also, das ist eine Frage, zum Beispiel das Wirkungsvielverfahren, wirken die Maya, zum Beispiel für die Wirkungsvielfalt und die Wirkungsvielfalt.